Hallo Frau Maik. Danke Schäfer. Sie sind wieder da. Die Girlfriend. Kleines Likörchen. Mandel oder Sahne? Mandel! Freundschaften. Großbeste Freundin. Feindschaften. Stöch beim Arbeiten? Können Kühe stören? Liebschaften. Ich hoffe, sie können mehr als nur gute Beziehungen ausnutzen. Girlfriends in Spielfilmlänge. Freitag 10.30 Uhr. Und ab nächste Woche Montag bis Freitag um 11.15 Uhr im ZDF. Diamonds on the Girl's Best Friend.